oh die kommen die kommen nein ist er beschäftigt ist er beschäftigt ist er beschäftigt ich sag bescheid okay jetzt da ist er so auf den armen stufe rot wir sind jetzt im nachbarhaus wir haben die krone folge 2 mit david und hier wieder im schlaf aber wie wär's denn da war schön die promenade war ganz kluffman x ist unser random in der ersten runde schauen wir mal ob der uns hart durchkerriert da wird diese rolle wieder das ist eine gute frage immer noch das ende der mieter hier gehen auf jeden fall ein paar runde also wenn wir das seht leute weiterhin das spiel diese phase der wii ist auf jeden fall vorbei ob das spiel vielleicht also kleiner tipp am anfang deshalb ich schnell gelernt nur die häuser mit gelben fenstern alle anderen kannst du ignorieren die sind nur deko da ist einer ich hab den gehört ja zwischen uns ist doch die wingman oder aus titanfall gefühlt oh das haus hat sogar einen keller mit einer nicen wache der ist einer drüben der ist hier drüben Let's check this out. Einer ist dauernd. Nice Yannick! Mega! Jaaa! Hier ist noch mehr. Nice, richtig nice. Ja gut, der hat auch gesagt, komm ich bleib einfach auf einer Stelle stehen, du machst den Rest. Also der hat mir schlussendem dir geholfen. So, fair muss immer sein. Jaaa, so fair kann man schon mal sein. Aber der Start ist viel besser als der erste Fall. Au! Die Zone bewegt sich aber echt komisch. Daran muss man sich denk ich mal auch gewöhnen. Ach, Tapp. Da sehen wir mal noch die Map, Leute. Habe ich letzte Runde ganz gemacht. Ahja, Tapp. Ich bin auf... Oh, Leute. Hier ist ein Zug! Du kannst hier in den Zug... Äh, Yannick, komm mal her. Auf, on the way. Hier kannst du ein Upgrade holen. Nice! Klufman, lass mich! Danke, Klufman. Ehre. Klufman, richtiger Ehren... Hat mir die Fresse kaputtgeschlagen, bevor er runtergefallen ist. Mann. Digga, Ehrenbubble. Ahja, hier kannst du drauf latschen, ne? Ich frag mich ja was das da ist. Die Kiste? Ja. Ich komm da nicht hin. Doch! Oh! Wir gehen nach oben. Hallo. Hier, hier ist ne Truhe! Wir werden beschlossen. Oh, nice. Du kannst zum Megaball werden. Ja, ich hab ne Hexe. Oh, da unten ist, glaub ich, noch ne Truhe, oder? Ne. Ne. Keine mehr. Ja. Bei der höchsten Stufe. Bellen sind... ... ist Action. Äh... Ja. Dann gib mir die Hand. Gut, dass es kein Fallschaden gibt im Moment. Das stimmt. Was hast du nur als Zweitwörter? Ähm, dann Handwerfer. Okay. Ich seh schon. Du hast hier einen Megaball. Das sind keine Handwerfer. Ja, ich hab die Blitzkanone. Oh, Unsichtbarkeit. Okay, gegen Offenbarung. Und Ansichtbarkeit ist geiler, find ich. So, wo seid ihr denn? Gibt's dahinter? Wo ist Random? Random chillt da oben noch ab. Ha, der begutachtet den Platz und wartet einfach. Gehofft, dass er dadurch geht. Low gravity? Nice. Event, Leute. Nice, Alter. Das ist natürlich nachher, wenn man beschossen wird. Da kommt nicht mehr so schnell weg. Äh, spielt ihr eigentlich immer noch Cruising Royale? Äh, ne, da hatten wir eine kleine Session gehabt und dann werden wir wieder liegen gelassen. Ach, warum denn? Wir wollen einfach nur gucken, wie es ankommt. Es ist... Ah, okay. Nicht so gut angekommen. Naja, es geht. Also, wir hatten schon besseres dann. Das ist mal so. Also für unsere zwei Kanale würden wir es... Würde ich noch... Würde ich was machen, wenn du Lust drauf hättest. Ja, ich fand's schon ziemlich geil. Ich hab's jetzt auch auf dem PC gelassen, deswegen. Hm. Das ist von mir. Das können wir dann nochmal runden vor machen. Oha, und Low Gravity Event vorbei. Hm. Na, was haben wir denn hier noch? Äh, hier haben wir noch was für den Dude. Und das... Der chillt immer noch da oben, ne? Na, Sexfire? Alter, wo... Alter, wo ist denn der hin? Geiss! Er hat Geiss geschrien. Geiss! 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 Weißt du, wie weit bei dir Heilung ist? Hier ist noch so ne Heilung... Jump! Warte mal. Jump! Ne, warte mal. Wir sind noch ne Heilungsfähigkeit, falls du deine noch upgraden möchtest. Oh ja! Nice! Nice! Dann hätt ich Full Upgrade! Die Frage ist, wo geht's hin? Oh, es zieht zu uns! Äh, ich weiß doch nicht, wo der Text-Chat ist. Fühlt sich aber echt gut aus, wie er da oben hängt. Die Sektoren werden sehen, wie er aufsinnert. Schon, oder? Ah, okay. Set. Set. Wir werden mal auf der Straße und schreiben. Alter, lol. Der wird ja gerade runtergefeuert. Probier ist noch gut umgelootet, auf jeden Fall. Das ist auch ne Heilungs... Ne, ne Heilungsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob das mir was bringt, wenn ich... lieber Ding so. Kann man das? Telefon ist oben, und der Ball? Ja, da, 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 da ist er doch endlich gejumpt, der Junge. Ach, Cooldom zurücksetzen ist das dann. Ja, okay. Ja, das setzt die Cooldom zurück. Der Skybreaker? Oh, den könnte ich brauchen. Mhm. Oh. Damit rechnen sie nie. Geile Mine. Ja. Pass auf, dadurch höre ich ihn auf den letzten Kill. Ja, ich hab den auf dem Dach beschossen. Mhm. Der ist schon Half-Life. Ja. Ja, wir werden auch geschlossen. Oh, der schießt. Ja, ich weiß. Ich hab's in meinem eigenen Leib gespürt. Ja, aber jetzt ist das Gefühl noch so ungelotet. Äh, ist das unser... Okay, die müssen langsam move'n. Wir müssen... Wir sollten mal Richtung... Ja, okay. Ich bin tschüss. Unsichtbar. Ich bin tschüss. Ich dachte, du bist da. Alter, tschüss. Oh, die sind hinter mir her. Gibt's einen A-Kampf? Ja. V? War V. Verdammt, äh. Ja. Ja, die haben ja meine Sachen mitgenommen. Loll. Sie lassen sie aber da und die kriegen, oder was? Verdammt, wo soll ich denn hin? Ja. Ja. Ich... Ich werde mich da... Beleg mich da hinten wieder. Komm zu mir. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist noch safe. Ja, aber... Jetzt hab ich's gejinxed, aber hey. Ich hab meine... Ich hab meine MG auf Max-Schufe. Aber das ist geil. Mg ist nämlich eins der besten... Ja. Komm mal, hol mich. Könnt ihr. Ja. Ich muss mir hier schnell neue Ausrüstung holen. Ja, in dem Haus, wo ich gerade herkomme, da war auch noch... Zumindest Fähigkeit technisch wieder. Ein bisschen wird. Ja, ich brauche waffentechnisch was. Ich nehme jetzt mal hier die Mine mit. Die Zonen bin ich voll wahrscheinlich. Oh, oh. Im Nachbarhaus... Ah, hier ist... Ist noch ne Waffe. Ich kann jetzt nur noch versuchen, zu meinem Todesort nochmal zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall Top Ten. Ist doch schon mal was. Ah, das Top Ten ist mega. Ich versuch meine Zweitwaffe auf jeden Fall wieder zu holen, meine Heilung. Ja. Das wäre ja schon mal recht praktisch. Mhm. Hallo. Geht doch. Okay. Ich bin wieder mit dem Spiel. Mhm. Und Yannick ist ein dicker Ball. Ja, sehr gut. Ich glaub wir sollten hier weg. Ja, deswegen hab ich den Ball genommen, damit ich schnell in der Heck komm. Äh, Yannick, wir sollten hier hinladen. Ich merke's. Oh. Yannick wird ja nicht sterben. Sagt, der hinter hat nicht mir. Sagt, Alter, was ist denn mit unserem Dude da oben los? Holy Shit. Ich glaub wir wären der erste, weil er sich hoch... Äh, Yannick. Ah. Tot. Ja, such dir mal den nächsten Punkt. Schnell. Äh. Oster. Alter, ich hab grad mal 5 Sekunden Cooldown auf dem Hallen. Soll ich zu dir? Ja, da wo der Punkt ist halt. Oh, ach so, du hattest da einen Punkt. Ich könnte sofort hier aufsuchen. Ja, wo ist denn da einer? Äh, Nachbarhaus. Nachbarhaus? Hier? Nein, da. Ah, ok, ab, 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 go, 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 go. Jojo. Äh, ja. Ah, genau, in der Gasse, ey. Ja, ja. Wir schaffen das! Wir schaffen das! Nice! Oh, wir sind unter dem Top 7, ey. Ja. Und unser Random? Wir gewinnen. Alter, wir gewinnen. Ja, natürlich gewinnen. Unser Random ist halt... ...einfach GG. Ja, verstehe. Ey, unten waren noch Waffen im Nachbarhaus links. Ok. Die kommen auf jeden Fall auf uns zu. Ok. Na, ich hab mir zumindest erst mal ne Shotgun gegönnt. Ah, das Schussverhalten ist aber ganz geil. Hm. Ok. Da kommen Sachen auf uns zu. Sure. Ich weiß nicht, ob du den Skybreaker noch ausrüsten möchtest. Äh, verbessern kannst oder so. Die liegt hier noch. Ey, ich hab den Skybreaker gar nicht mehr. Ach so. Aber den würd ich gerne nehmen. Ok, ich hab mir den Shotgun auf. Der ist schon geiler. Knopfmann, du machst das! Knopfmann, Erik! Genau. Ja? Ja. Die kannst du nehmen, wenn du willst. Ah, ok. Warte mal. Unser Sektor... Oh, lol. Unser Random gewinnt das Save. Alter, schau ihn dir mal an. Der ist ein Gott da oben. Ja, ich seh das. Alter, das ist halt einfach ein Gott-Mode, ey. Ja, dafür ein gutes Thumbnail. Dadurch gewinnen wir. Ok, wir müssen rüber. Wir müssen zu den Schüssen. Äh. Wir müssen zu den Schüssen. Ja, da sind die Gegner. Am besten so ein bisschen außenrum zeigen. Oh Gott, er kommt runter. Nein, du Idiot! Ja, vermutlich war er doch außerhalb. Da war er ziemlich ganz fertig. Ja. Ach, schade. Hey, top seven. Äh, hier im Haus sind welche im Nebenhaus von mir. Zwei Stück. Nice. Ich hab meine Mauer platziert. Die sind genau bei mir. Oh, ich verkriech mich. Viel Spaß. Nein, ich bin natürlich außenrum. Vorrat. Okay, was ist das für die Welt? Versichtbarkeit. Verbessert. Von da kommen welche? Oh Gott, er. Ja, der macht es schon. Das battle. Richtig krass battle. Oh, ich hab geschossen. Oh Leute, ich hätte ihn draußen beschossen. Ja. Oh, du musst rüberkommen. Schnell. Ja, ich bin unsichtbar. Ich versuche alles. Ja, guck mal. Unten ist jemand. Sprich. Ja, da sind auch Leute. Guten Tag. Mach einen Schaden. Was? Krone? Wird gleich erscheinen. Hol sie die und bleibe am Leben. Okay, die erscheinen genau zwischen uns. Oh nein. Mich hat jemand ausgesperrt. Geh, geh, mach was. Oh, in deinem Haus. Ich bin tot. Ja, in deinem Haus war auch... Ey, ich wollte schon sagen. Ich bin tot. 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 Ähm. Ich bin gerade vielleicht dezent runtergefallen? Das ist doch falsch. Hier ist überall jemand los. Ich habe aber nur gute Sicht, muss ich sagen. Wir haben die Krone, David! Wir haben die Krone?! Wir haben die Krone! Unter deinem Haus ist Action. Unten in meinem Haus ist Action? Ja. Na? Hier! Klaffmann ist tot, David! Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, was ich tun soll am besten. Kannst du dich hier irgendwo reviven lassen? Ja, es sind ganz viele Punkte, aber außerhalb, ne? Okay, ich verstehe. Also jetzt sind es noch vier Squads, wenn ich dies mit Ihnen verstehe. Ja, vier Teams. Kannst du sehen, wie viele es noch genau sind? Nee, aber ich kann sie alle markieren. Weiß nicht, ob du das siehst. Ja, ich sehe das. Ja, also hier sind sehr viele. Also in deinem Haus, alle außerhalb quasi. Ich verstehe. Also alle so diese Ecke, wo ich markiert habe. Ich verstehe. Ja, theoretisch kannst du mich hier aufheben, aber hier sind... Nee, hier sind auch ganz viele Spieler. Wenn du das auf der anderen Seite des Hauses schaffst, dann ja. Boah, das wird schwierig. Top 3, David! Podium! Nice! Boah, Bruder! Alter, das war jetzt ganz, ganz krass. Gerade kann man mich hier wieder beleben. Hier ist gerade keiner. Ich sag sowas mit Scheiß. A Contender has claimed the crown. Oh, die kommen! Die kommen! Nein! Wie geht es? Sind beschäftigt, sind beschäftigt? Ich sag dir, ich sag die Scheiß. Okay, da ist er so auf den Armstufe rot. Wir sind jetzt im Nachbarhaus. Wir haben die Krone! Klopfenmann Regeln. Hinter dir ist einer. Da kommt jetzt vermutlich in dein Haus. Warte, nee, der ist weggegangen. Wollte ich jetzt. Wärme die Krone nicht mehr? Top 3! Nein! Da haben wir den! Alter, ich bin Mr. Carry, Alter. Oh mein Gott! Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Ohhhh, Yannick hol dir was du kannst. Hier oben ist auch noch Deal. Alter, was ist das für... Ich hab den Krone träger. Bitte nicht! Nein! Hey, ich hab eine Ehrenrolle gedreht. Ich bin tot. Ich bin tot. Och, Mann! Ach, schade. Das war doch schützlich. Schade, aber Top 3! Dritter! Mit einem Kill ins Kuss. Aber dritter! Ja. Deswegen, der Insignment. Das war das Beste, was wir hätten rauszuholen können. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis... Vielleicht die M-Bahn zur nächsten Folge. Sonst, schaut auf den anderen Videos gerne auch mal vorbei. Auf den Mop-Channel und sonst wo. Schaut auf jeden Fall noch beim David vorbei. Zweimal die Woche ungefähr im Stream. Ja, ungefähr. In der Videobeschreibung. Oder ihr gibts direkt eine URL an Twitch.tv slash God of Nightmare. Und lasst ihnen auf jeden Fall liebe Grüße da. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal haben wir sie rein. Tschau! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.